Um Sahne aus Milch zu machen, schmilzt zunächst 75g Butter in einer Schüssel in der Mikrowelle. Füge dann 150g Vollmilch hinzu und rühre das Ganze mit einem Holzlöffel um. Du bist fertig, wenn beides gut vermengt ist. Um Schlagsahne zu machen, gieße zunächst 60ml kalte Vollmilch in eine große Schüssel. Verteile 2 Teelöffel Gelierpulver auf der Oberfläche der Milch und lass das Ganze für 5 Minuten stehen. Danach sollte die Masse schwammartig aussehen. Erhitze sie als nächstes für 10-20 Sekunden in der Mikrowelle, damit sie wieder flüssig wird. Gib dann 240ml Vollmilch in eine separate Schüssel und rühre 2 Esslöffel Puderzucker hinein. Vermenge anschließend den Inhalt beider Schüsseln miteinander und schlage das Ganze für 20-30 Sekunden. Stell nun die Schüssel für 20 Minuten in den Kühlschrank. Schlage die Masse schließlich mit einem Mixer, bis die Milch immer dichter wird und ihr Volumen sich verdoppelt. lingsaufgleich die Masse schließlich mit einer Kühlschrank. Schott den Kühlschrank. Schlage die Masse der Links aufbbleh teaching. Schlage die Masse an mir jetzt unter takiego Deschrankungen. Schlage die Masse war aber über vom.